Kannst du mir mal erzählen, wo du die alle her hattest? Selbst im Büro, im Darmengro, und hab ich sie gerne, du bist doch ein Wohlk. Die Erika und die Barbara und erst recht die Marie. Das war doch lange nicht alle. Da geht's nicht, wo du die her hattest. Da dachte ich mir, wir tranken Wodka aus Flaschen. Oh, siehst du heute noch aus. Sie hat mich bei der Öffnung. Schade. Sie hat das Stolz, gar keine Frage. Ich schenke ihr euch Ideen. Ich schenke ihr euch Ideen. Weil ich glaube, ich bin in der Lage, ihr aus dem Wege zu gehen. Ihr aus dem Wege zu gehen. Zur Sicherheit, sag mal doch mal. Hey Mama, was ist mit mir los? Die Trauen gehen immer wieder. Ich bin in der Lage. Völlig fehlenlos. Was ist mit mir los? Was ist los? Was ist los? Und immer das gleiche Problem. Die Playbacks sind viel zu lang. Oh, mein, oh, mein. Da passt gar kein Text mehr hin. Jetzt rausgehen mit Whisky. Doch jetzt...